WDR 2 Radio zum Mitnehmen Kabarett Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder falschen Dienstag. Na, als was waren Sie denn dieses Jahr im Karneval unterwegs? Als Problem-Pär? Als Anmachholz-Marke Brüderle? Oder lieber Gleichheitsfettnäppchen? Kampfdrohne wäre auch ein schönes Kostüm gewesen. Aber mit Merkel-Maske laufen an Karneval ja schon so viele rum. Irgendwie sind die tollen Tage dieses Jahr auch gar nicht ganz so toll. Vor zwei Jahren, da wurde an Karneval noch der berühmte Baron Karl Theodor von und zu erst mit, dann ohne Doktortitel Guttenberg gejagt. Voriges Jahr an Karneval erfreute uns ihre Tollität, die kürzeste Präsidentin aller Zeiten, Christian Wulff, mit ihrer Abschiedsbittenrede. Ich bin immer aufrichtig gewesen. Zugegeben, das war wirklich schwer zu toppen und deshalb ist dieses Jahr folgerichtig Flaute. Die Planer von Stuttgart 21 und dem Berliner Flughafen wetteifern darum, wer sich mit welcher Absicht um die meisten Milliarden vollkalkuliert hat, aber die Grundkalkulation ist immer die gleiche. Man baut darauf, dass man nur so lange über Pleiten, Pech und Pannen berichten muss, bis es einfach keiner mehr hören will. Dann kann man in Ruhe weiter wursteln. Auch Wut und Empörung haben eine Halbwertszeit und lassen sich nicht beliebig lange aufrechterhalten. So hat sich doch auch die Euro-Krise erledigt. Hören Sie fast nichts mehr von. Es hat sich zwar nichts geändert, Keines der unzähligen Probleme in Europa ist gelöst, aber es nutzt sich halt ab, wenn man jeden Tag den Untergang einer Währung beschwört. Der Euro wurde inzwischen schon fast so oft totgesagt wie die FDP. Witze über missglückte Leihstimmenkampagnen für diese fiese deutsche Partei sind so alt, dass sie schon Rente beantragen können. Und jede Generation hofft aufs Neue mit der gleichen Inbrunst, wir könnten diesen Kapitalistenkampfverein dauerhaft loswerden. Aber diese Partei ist unkaputtbar. Wer in der Lage ist, die alte Weinkönigin Brüderle als das neue Gesicht der FDP zu verkaufen, ist längst jenseits von Gut und Böse. Und leben Sie doch bitte nicht in dem Glauben, es schade der FDP, wenn 90% der Deutschen von Brüderle eine Entschuldigung erwarten. In den Kreisen, die aus Überzeugung FDP wählen, wird doch so einer wie Brüderle als Held und Märtyrer gefeiert. Wie ernst man das Ganze in der FDP nimmt, sieht man doch an der Reaktion des Ministers für geistige Unterentwicklung Dirk Niebel. Der hat jetzt klargestellt, dass auch Männer belästigt werden. Ja, in der FDP ist immer Karneval. Nur, dass es für diese Jecken keinen Aschermittwoch gibt, an dem alles vorbei ist. Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich. Vielen Dank.